Das kalte Herz von Wilhelm Hauf Wer durch Schwaben reist, der sollte nie vergessen, auch ein wenig in den Schwarzwald hineinzuschauen. Nicht der Bäume wegen, obgleich man nicht überall solch unermessliche Mengen herrlich aufgeschossener Tannen findet, sondern wegen der Leute, die sich von den anderen Menschen ringsumher merkwürdig unterscheiden. Sie sind größer als gewöhnliche Menschen, breitschultrig, von starken Gliedern, und es ist, als ob der stärkende Duft, der morgens durch die Tannen strömt, ihnen von Jugend auf einen freieren Atem, ein klareres Auge und einen festeren, wenn auch raueren Mut als den Bewohnern der Stromtäler und Ebenen gegeben hätte. Und nicht nur durch Haltung und Wuchs, auch durch ihre Sitten und Trachten, sondern sie sich von den Leuten, die außerhalb des Waldes wohnen, streng ab. Am schönsten kleiden sich die Bewohner des Badenschenschwarzwaldes. Die Männer lassen den Bart wachsen, wie er von Natur dem Mann ums Kinn gegeben ist. Ihre schwarzen Wämser, ihre ungeheuren, eng gefalteten Bluderhosen, ihre roten Strümpfe und die spitzen Hüte von einer weiten Scheibe umgeben, verleihen ihnen etwas Fremdartiges, aber etwas Ernstes, Ehrwürdiges. Dort beschäftigen sich die Leute gewöhnlich mit Glaswachen, auch verfertigen sie Uhren und tragen sie in der halben Welt umher. Auf der anderen Seite des Waldes wohnt ein Teil desselben Stammes, aber ihre Arbeiten haben ihnen andere Sitten und Gewohnheiten gegeben als den Glasmachern. Sie handeln mit ihrem Wald. Sie fällen und behauen ihre Tannen, flößen sie durch die Nargold in den Neckar und von dem oberen Neckar den Rhein hinab, bis weit hinein nach Holland, und am Meer kennt man die Schwarzwälder und ihre langen Flöße. Sie halten an jeder Stadt, die am Strom liegt, an und erwarten stolz, ob man ihnen Balken und Bretter abkaufen werde. Ihre stärksten und längsten Balken aber verhandeln sie um schweres Geld an die Minenheers, welche Schiffe daraus bauen. Diese Menschen nun sind ein raues, wanderndes Leben gewöhnt. Ihre Freude ist, auf ihrem Holz die Ströme hinabzufahren, ihr Leid am Ufer wieder heraufzuwandeln. Darum ist auch ihr Prachtanzug so verschieden von dem der Glasmänner im anderen Teil des Schwarzwaldes. Sie tragen Wämser von dunkler Leinwand, einen handbreiten grünen Hosenträger über die breite Brust, Beinkleider von schwarzem Leder, aus deren Tasche ein Zollstab von Messing wie ein Ehrenzeichen hervorschaut. Ihr Stolz und ihre Freude aber sind ihre Stiefel, die größten wahrscheinlich, welche auf irgendeinem Teil der Erde Mode sind. Denn sie können zwei Spannen weit über das Knie hinaufgezogen werden und die Flözer können damit in drei Schuhe tiefem Wasser umher warten, ohne sich die Füße nass zu machen. Noch vor kurzer Zeit glaubten die Bewohner dieses Waldes Anwaltgeister und erst in neuerer Zeit hat man ihnen diesen törichten Aberglauben benehmen können. Sonderbar ist aber, dass auch die Waldgeister, die das Sagenach im Schwarzwalderhausen, in diese verschiedenen Trachten sich geteilt haben. So hat man versichert, dass das Glasmännlein, ein gutes Geistchen von dreieinhalb Fuß Höhe, sich nie anders zeigt als in einem spitzen Hütlein mit hohem Rand, mit Wams und Bluderhöschen und roten Strümpfchen. Der Holländer Michel aber, der auf der anderen Seite des Waldes umgeht, soll ein riesengroßer, breitschultriger Kerl in der Kleidung der Flözer sein und mehrere, die ihn gesehen haben, wollen versichern, dass sie die Kälber nicht aus ihrem Beutel bezahlen möchten, deren Felle man zu seinen Stiefeln brauchen würde. So groß, dass ein gewöhnlicher Mann bis an den Hals hineinstehen könnte, sagten sie, und wollten nichts übertrieben haben. Mit diesen Waldgeistern soll einmal ein junger Schwarzwälder eine sonderbare Geschichte gehabt haben, die ich nun erzählen will. Es lebte nämlich im Schwarzwald eine Witwe, Frau Barbara Munkin. Ihr Gatte war Kohlenbrenner gewesen und nach seinem Tode hielt sie ihren 16-jährigen Knaben nach und nach zu demselben Geschäft an. Der junge Peter Munk, ein schlauer Bursche, ließ es sich gefallen, weil er es bei seinem Vater auch nicht anders gesehen hatte, die ganze Woche über am rauchenden Meiler zu sitzen oder schwarz und beruhst und den Leuten ein Abscheu hinab in die Städte zu fahren und seine Kohlen zu verkaufen. Aber ein Köhler hat viel Zeit zum Nachdenken über sich und andere und wenn Peter Munk an seinem Meiler saß, stimmten die dunklen Bäume umher und die tiefe Waldesstille sein Herz zu Tränen und unbewusster Sehnsucht. Es betrübte ihn etwas, es ärgerte ihn etwas, er wusste nicht recht was. Endlich merkte er sich ab, was ihn ärgerte und das war sein Stand. Ein schwarzer, einsamer Kohlenbrenner, sagte er sich. Es ist ein Elendleben. Wie angesehen sind die Glasmänner, die Uhrenmacher, selbst die Musikanten am Sonntagabends. Und wenn Peter Munk, reingewaschen und geputzt, in des Vaters Ehrenbams mit silbernen Knöpfen und mit nagelneuen roten Strümpfen erscheint, und wenn dann einer hinter mir hergeht und denkt, wer ist wohl der schlanke Bursche und lobt sich die Strümpfe und meinen stattlichen Gang, sieh, wenn er vorübergeht und schaut sich um, sagt er gewiss, ach, es ist nur der Köhlamunk, Peter. Auch die Flözer auf der anderen Seite waren ein Gegenstand seines Neides. Wenn diese Waldriesen vorüberkamen, mit stattlichen Kleidern und an Knöpfen, Schnallen und Ketten einen halben Zentner Silber auf dem Leib trugen, wenn sie mit ausgespreizten Beinen und vornehmen Gesichtern dem Tanz zuschauten, holländisch fluchten und wie die vornehmen Mienheers aus ellenlangen, kölnischen Pfeifen rauchten, da stellte er sich als das vollendetste Bild eines Menschen solch einen Flözer vor. Und wenn diese Glücklichen dann erst in die Taschen fuhren, ganze Hände voll großer Thaler herauslangten und um sechs Betzen erwürfelten, fünf Gulden hin, zehn her, so wollten ihm die Sinne vergehen und er schlich trübselig nach seiner Hütte, denn an manchem Feiertagabend hatte er einen oder den anderen dieser Holzherren mehr verspielen sehen, als der arme Vater Munk in einem Jahr verdiente. Es waren vorzüglich drei dieser Männer, von welchen er nicht wusste, welchen er am meisten bewundern sollte. Der eine war ein dicker, großer Mann mit rotem Gesicht und galt für den reichsten Mann in der Runde. Man hieß ihn den dicken Ezechiel. Er reiste alle Jahre zweimal mit Bauholz nach Amsterdam und hatte das Glück, es immer um so viel teurer als andere zu verkaufen, dass er, wenn die übrigen zu Fuß heimgingen, stattlich herauffahren konnte. Der andere war der längste und hagerste Mensch im ganzen Wald. Man nannte ihn den langen Schlucker und diesen beneidete Munk wegen seiner ausnehmenden Kühnheit. Er widersprach den angesehensten Leuten, brauchte, wenn man noch so gedrängt im Wirtshaus saß, mehr Platz als vier der dicksten, denn er stützte entweder beide Ellbogen auf den Tisch oder zog eines seiner langen Beine zu sich auf die Bank. Und doch wagte ihm keiner zu widersprechen, denn er hat unmenschlich viel Geld. Der dritte aber war ein schöner junger Mann, der am besten tanzte weit und breit und daher den Namen Tanzbodenkönig hatte. Er war ein armer Mensch gewesen und hatte bei einem Holzherren als Knecht gedient. Da wurde er auf einmal steinreich. Die einen sagten, er habe unter einer alten Tanne einen Topf voll Geld gefunden. Die anderen behaupteten, er habe unweit Bingen im Rhein mit der Stechstange, womit die Flözer zuweilen nach den Fischen stechen, einen Pack mit Goldstücken heraufgefischt. Und der Pack gehöre zu dem großen Nibelungenhort, der dort vergraben liege. Kurz, er war auf einmal reich geworden und wurde von jung und alt angesehen wie ein Prinz. An diese drei Männer dachte Kohlenmunk Peter oft, wenn er einsam im Tannenwald saß. Zwar hatten alle drei einen Hauptfehler, der sie bei den Leuten verhasst machte. Es war dies ihr unmenschlicher Geiz, ihre Gefühllosigkeit gegen Schuldner und Arme, denn die Schwarzwälder sind ein gutmütiges Völklein, aber man weiß, wie es mit solchen Dingen geht. Waren sie auch wegen ihres Geizes verhasst, so standen sie doch wegen ihres Geldes in Ansehen, denn wer konnte Thaler wegwerfen wie sie, als ob man das Geld von den Tannen schüttelte. So geht es nicht mehr weiter, sagte Peter eines Tages schmerzlich betrübt zu sich, denn tags zuvor war Feiertag gewesen und alles Volk in der Schenke. Wenn ich nicht bald auf den grünen Zweig komme, so tue ich mir etwas zu leid. Wäre ich doch nur so angesehen und reich wie der dicke Ezechiel oder so kühn und gewaltig wie der lange Schlucker oder so berühmt und könnte den Musikanten Thaler statt Kreuzer zu werfen wie der Tanzbodenkönig. Wo nur der Bursche das Geld her hat? Allerlei Mittel ging er durch, wie man sich Geld erwerben könne, aber keines wollte ihm gefallen. Endlich fielen ihm auch die Sagen von Leuten ein, die vor alten Zeiten durch den Holländer Michel und durch das Glasmännlein reich geworden waren. Solange sein Vater noch lebte, kamen oft andere arme Leute zu Besuch und da wurde lang und breit von reichen Menschen gesprochen und wie sie reich geworden. Da spielte nun oft das Glasmännlein eine Rolle. Ja, wenn er recht nachsann, konnte er sich beinahe noch des Versleins erinnern, dass man am Tannenbühl in der Mitte des Waldes sprechen musste, wenn es erscheinen sollte. Es fing an, Schatzhauser im grünen Tannenwald ist schon vielhundert Jahre alt. Dir gehört all Land, wo Tannen stehen. Aber er mochte sein Gedächtnis anstrengen, wie er wollte, weiter konnte er sich keines Verses mehr entsinnen. Er dachte oft, ob er nicht diesen oder jenen alten Mann fragen sollte, wie das Sprüchlein heiße, aber immer hielt ihn eine gewisse Scheu, seine Gedanken zu verraten, ab. Auch schloss er, es müsse die Sage vom Glasmännlein nicht sehr bekannt sein und den Spruch müssen nur wenige wissen, denn es gab nicht viele reiche Leute im Wald. Und warum hatte denn nicht sein Vater und die anderen armen Leute ihr Glück versucht? Er brachte endlich einmal seine Mutter auf das Männlein zu sprechen und diese erzählte ihm, was er schon wusste, kannte aber auch noch die erste Zeile von dem Spruch und sagte ihm endlich, nur Leute, die an einem Sonntag zwischen Eilf und zwei Uhr geboren seien, zeigte sich das Geistchen. Er selbst würde wohl dazu passen, wenn er nur das Sprüchlein wüsste, denn er sei Sonntagmittag zwölf Uhr geboren. Als dies der Kohlenmunk Peter hörte, war er vor Freude und vor Begierde, dies Abenteuer zu unternehmen, beinahe außer sich. Es erschien ihm hinlänglich, einen Teil des Sprüchleins zu wissen und am Sonntag geboren zu sein, und Glasmännlein musste sich ihm zeigen. Als er daher eines Tages seine Kohlen verkauft hatte, zündete er keinen neuen Meiler an, sondern zog seines Vaters Staatswamms und neue rote Strümpfe an, setzte den Sonntagshut auf, fasste seinen fünf Fuß hohen Schwarzdornstock in die Hand und nahm von der Mutter Abschied. Ich muss aufs Amt in die Stadt, denn wir werden bald spielen müssen, wer Soldat wird, und da will ich dem Amtmann nur noch einmal einschärfen, dass ihr Witwe seid und ich euer einziger Sohn. Die Mutter lobte seinen Entschluss, er aber machte sich auf nach dem Tannenbühl. Der Tannenbühl liegt auf der höchsten Höhe des Schwarzwaldes, und auf zwei Stunden im Umkreis stand damals kein Dorf, ja nicht einmal eine Hütte, denn die abergläubischen Leute meinten, es sei dort unsicher. Man schlug auch, so hoch und prachtvoll dort die Tannen standen, ungern Holz in jenem Revier, denn oft waren den Holzhauern, wenn sie dort arbeiteten, die Äxte vom Stiel gesprungen und in den Fuß gefahren, oder die Bäume waren schnell umgestürzt und hatten die Männer mit umgerissen und beschädigt oder gar getötet. Auch hätte man die schönsten Bäume von dort her nur zu Brennholz brauchen können, denn die Floßherren nahmen nie einen Stamm aus dem Tannenbühl unter ein Floß auf, weil die Sage ging, dass Mann und Holz verunglücke, wenn ein Tannenbühler mit im Wasser sei. Daher kam es, dass im Tannenbühl die Bäume so dicht und so hoch standen, dass es am hellen Tag beinahe Nacht war, und Peter Munk wurde es ganz schaurig dort zumute, denn er hörte keine Stimme, keinen Tritt als den seinigen, keine Axt, selbst die Vögel schienen diese dichte Tannennacht zu vermeiden. Kohlenmunk Peter hatte jetzt den höchsten Punkt des Tannenbühls erreicht und stand vor einer Tanne von ungeheurem Umfang, um die ein holländischer Schiffsherr an Ort und Stelle viele hundert Gulden gegeben hätte. Hier, dachte er, wird wohl der Schatzhauser wohnen, zog seinen großen Sonntagshut, machte vor dem Baum eine tiefe Verbeugung, räusperte sich und sprach mit zitternder Stimme »Wünsche glückseligen Abend, Herr Glasmann!« Aber es erfolgte keine Antwort, und alles umher war so still wie zuvor. »Vielleicht muss ich doch das Verslein sprechen«, dachte er weiter und murmelte »Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon vielhundert Jahre alt, dir gehört all Land, wo Tannen stehen, Indem er diese Worte sprach, sah er zu seinem großen Schrecken eine ganz kleine, sonderbare Gestalt hinter der dicken Tanne hervorschauen. Es war ihm, als habe er das Glasmännlein gesehen, wie man ihn beschrieben, das schwarze Wämschen, die roten Strümpfchen, das Hütchen, alles war so, selbst das blasse, aber feine und kluge Gesichtchen, wovon man erzählte, glaubte er gesehen zu haben. Aber ach, so schnell es hervorgeschaut hatte, das Glasmännlein, so schnell war es auch wieder verschwunden. »Herr Glasmann«, rief nach einigem Zögern Peter Munk, »seid zu gütig und haltet mich nicht für Narren. Herr Glasmann, wenn ihr meint, ich habe euch nicht gesehen, so täuscht ihr euch sehr, ich sah euch wohl hinter dem Baum hervorgucken.« Immer keine Antwort. Nur zuweilen glaubte er, ein leises, heiseres Kichern hinter dem Baum zu vernehmen. Endlich überwand seine Ungeduld die Furcht, die ihn bis jetzt noch abgehalten hatte. »Warte, du kleiner Bursche«, rief er, »dich will ich bald haben«, sprang mit einem Satz hinter die Tanne, aber da war kein Schatzhauser im grünen Tannenwald, und nur ein kleines, zierliches Eichhörnchen jagte an dem Baum hinauf. Peter Munk schüttelte den Kopf. Er sah ein, dass er die Beschwörung bis auf einen gewissen Grad gebracht habe und dass ihm vielleicht nur noch ein Reim zu dem Sprüchlein fehle, so könne er das Glasmännlein hervorlocken. Aber er sah hin, er sah her, er fand nichts. Das Eichhörnchen zeigte sich an den untersten Ästen der Tanne und schien ihn aufzumuntern oder zu verspotten. Es putzte sich, es rollte den schönen Schweif, es schaute ihn mit klugen Augen an, aber endlich fürchtete er sich doch beinahe, mit diesem Tier allein zu sein. Denn bald schien das Eichhörnchen einen Menschenkopf zu haben und einen dreispitzigen Hut zu tragen, bald war es ganz wie ein anderes Eichhörnchen und hatte nur an den Hinterfüßen rote Strümpfe und schwarze Schuhe. Es war ein lustiges Tier, aber dennoch kaute Kohlenpeter, denn er meinte, es gehe nicht mit rechten Dingen zu. Mit schnelleren Schritten, als er gekommen war, zog Peter wieder ab. Das Dunkel des Tannenwaldes schien immer schwärzer zu werden, die Bäume standen immer dichter und ihm fing an, so zu grauen, dass er im Trab davon jagte. Und erst als er in der Ferne Hunde bellen hörte und bald darauf zwischen den Bäumen den Rauch einer Hütte erblickte, wurde er wieder ruhiger. Aber als er näher kam und die Tracht der Leute in der Hütte erblickte, fand er, dass er aus Angst gerade die entgegengesetzte Richtung genommen und statt zu den Glasleuten zu den Flötsern gekommen sei. Die Leute, die in der Hütte wohnten, waren Holzfäller, ein alter Mann, sein Sohn, der Hauswirt und einige erwachsene Enkel. Sie nahmen Kohlenmunk Peter, der um einen Nachtlager bat, gut auf, ohne nach seinem Namen und Wohnort zu fragen, gaben ihm Apfelwein zu trinken und abends wurde ein großer Auerhahn, die beste Schwarzwaldspeise, aufgesetzt. Nach dem Nachtessen setzten sich die Hausfrau und ihre Töchter mit ihren Kunkeln um den großen Lichtspan, den die Jungen mit dem feinsten Tannenharz unterhielten. Der Großvater, der Gast und der Hauswirt rauchten und schauten den Weibern zu, die Burschen aber waren beschäftigt, Löffel und Gabeln aus Holz zu schnitzen. Draußen im Wald, heulte der Sturm und raste in den Tannen. Man hörte da und dort sehr heftige Schläge und es schien oft, als ob ganze Bäume abgeknickt würden und zusammenkrachten. Die furchtlosen Jungen wollten hinaus in den Wald laufen und dieses furchtbar schöne Schauspiel mit ansehen. Ihr Großvater aber hielt sie mit strengen Worten und Blicken zurück. Ich will keinem raten, dass er jetzt vor die Tür geht, rief er ihnen zu. Bei Gott, der kommt nimmermehr wieder, denn der Holländer Michel haut sich heute Nacht ein neues Gsteher. Flussgelenk im Wald. Die Kleinen staunten ihn an. Sie mochten von dem Holländer Michel schon gehört haben, aber sie baten jetzt den Eni einmal recht schön von jenem zu erzählen. Auch Peter Munk, der vom Holländer Michel auf der anderen Seite des Waldes nur undeutlich hatte sprechen hören, stimmte mit ein und fragte den Alten, wer und wo er sei. Er ist der Herr dieses Waldes und nach dem zu schließen, dass ihr in eurem Alter dies noch nicht erfahren, müsst ihr drüben über dem Tannenbühl oder wohl gar noch weiter zu Hause sein. Vom Holländer Michel will ich euch aber erzählen, was ich weiß und wie die Sage von ihm geht. Vor etwa hundert Jahren, so erzählte es wenigstens mein Ehi, war weit und breit kein ehrlicher Volk auf Erden als die Schwarzwälder. Jetzt, seit so viel Geld im Land ist, sind die Menschen unredlich und schlecht. Die jungen Burschen tanzen und johlen am Sonntag und fluchen, dass es ein Schrecken ist. Damals war es aber anders. Und wenn er jetzt zum Fenster dort hereinschaute, so sag ich's und hab es oft gesagt, der Holländer Michel ist schuld an all dieser Verderbnis. Es lebte also vor hundert Jahren und darüber ein reicher Holzherr, der viel Gesinde hatte. Er handelte bis weit in den Rhein hinab und sein Geschäft war gesegnet, denn er war ein frommer Mann. Kommt eines Abends ein Mann an seiner Türe, dergleichen er noch nie gesehen. Seine Kleidung war die der Schwarzwälder Burschen, aber er war einen guten Kopf höher als alle und man hatte noch nie geglaubt, dass es einen solchen Riesen geben könne. Dieser bittet um Arbeit bei dem Holzherrn und der Holzherr, der ihm ansah, dass er stark und zu großen Lasten tüchtig sei, rechnete mit ihm seinen Lohn und sie schlagen ein. Der Michel war ein Arbeiter, wie selbiger Holzherr noch keinen gehabt. Beim Baumschlagen galt er für drei und wenn sechs es am einen Ende schleppten, trug er allein das andere. Als er aber ein Halbjahr Holz geschlagen, trat er eines Tages vor seinen Herrn und begehrte von ihm, »Hab jetzt lange genug hier Holz gehackt und so möchte ich auch sehen, wohin meine Stämme kommen und wie wäre es, wenn ihr mich auch mal auf den Floß ließet?« Der Holzherr antwortete, »Ich will dir nicht im Wege sein, Michel, wenn du ein wenig hinaus willst in die Welt, aber zum Holzfällen brauche ich starke Leute, wie du bist. Auf dem Floß aber kommt es auf Geschicklichkeit an, aber es sei für diesmal.« Und so war es. Der Floß, mit dem er abgehen sollte, hatte acht Gleichglieder und waren im Letzten von den größten Zimmerbalken. Aber was geschah? Am Abend zuvor bringt der lange Michel noch acht Balken ins Wasser, so dick und lang, dass man keinen je sah und jeden trug er so leicht auf der Schulter wie eine Flözerstange, sodass sich alles entsetzte. Wo er sie gehauen weiß, bis heute noch niemand. Dem Holzherrn lachte das Herz, als er dies sah, denn er berechnete, was diese Balken kosten könnten. Michel aber sagte, »So, die sind für mich zum Fahren. Auf den kleinen Spänen dort kann ich nicht fortkommen.« Sein Herr wollte ihm zum Dank ein paar Flözerstiefel schenken, aber er warf sie auf die Seite und brachte ein paar hervor, wie es sonst noch keine gab. Mein Großvater hat mir versichert, sie haben hundert Pfund gewogen und seien fünf Fuß lang gewesen. Der Floß fuhr ab und hatte der Michel früher die Holzhauer in Verwunderung gesetzt, so staunten jetzt die Flözer, denn statt, dass der Floß, wie man wegen der ungeheuren Balken geglaubt hatte, langsam über den Fluss ging, flog er, sobald sie in den Neckar kamen, wie ein Pfeil, machte der Neckar eine Wendung und hatten sonst die Flözer Mühe gehabt, den Floß in der Mitte zu halten und nicht auf Kies oder Sand zu stoßen, so sprang jetzt Michel allemal ins Wasser, drückte mit einem Zug den Floß links oder rechts, sodass er ohne Gefahr vorüber glitt und kam dann eine gerade Stelle, so lief er aufs erste Gsteher, Gelenk vor, ließ alle ihre Stangen beisetzen, steckte seinen ungeheuren Weberbaum ins Kies und mit einem Druck flog das Floß dahin, dass das Land und Bäume und Dörfer vorbeizujagen schienen. So waren sie in der Hälfte der Zeit, die man sonst braucht, nach Köln am Rhein gekommen, wo sie sonst ihre Ladung verkauft hatten. Aber hier sprach Michel, ihr seid mir rechte Kaufleute und versteht eure Nutzen. Meinet ihr denn, die Kölner brauchen all dies Holz, das aus dem Schwarzwald kümpt für sich? Nein, um den halben Wert kaufen sie es euch ab und verhandeln es teuer nach Holland. Lasst uns die kleinen Balken hier verkaufen, aber mit den großen nach Holland gehen. Was wir über den gewöhnlichen Preis lösen, ist unser eigener Profit. So sprach der arglistige Michel und die anderen waren es zufrieden. Die einen, weil sie gerne nach Holland gezogen wären, es zu sehen, die anderen des Geldes wegen. Nur ein einziger war redlich und mahnte sie ab, das Gut ihres Herrn der Gefahr auszusetzen oder ihn, um den höheren Preis zu betrügen. Aber sie hörten nicht auf ihn und vergaßen seine Worte. Aber der Holländer Michel vergaß sie nicht. Sie fuhren auch mit dem Holz den Rhein hinab. Michel leitete den Floß und brachte sie schnell bis nach Rotterdam. Dort bot man ihnen das Vierfache von dem früheren Preis und besonders die ungeheuren Balken des Michel wurden mit schwerem Geld bezahlt. Als die Schwarzwälder so viel Geld sahen, wussten sie sich vor Freude nicht zu fassen. Michel teilte ab, einen Teil dem Holzherrn, die drei anderen unter die Männer. Und nun setzten sie sich mit Matrosen und anderem schlechten Gesindel in die Wirtshäuser, verschlemmten und verspielten ihr Geld. Den braven Mann aber, der ihnen abgeraten, verkaufte der Holländer Michel an einen Seelenverkäufer und man hat nichts mehr von ihm gehört. Von da an war den Burschen im Schwarzwald Holland das Paradies und Holländer Michel ihr König. Die Holzhahn erfuhren lange nichts von dem Handel und unvermerkt kam Geld, Flüche, schlechte Sitten, Trunk und Spiel aus Holland herauf. Der Holländer Michel aber war, als die Geschichte herauskam, nirgends zu finden. Aber tot ist er auch nicht. Seit hundert Jahren treibt er seinen Spuk im Wald und man sagt, dass er schon vielen behülflich gewesen, reich zu werden. Aber auf Kosten ihrer armen Seelen und mehr will ich nicht sagen. Aber so viel ist gewiss, dass er noch jetzt in solchen Sturmnächten im Tannenbühl, wo man nicht hauen soll, überall die schönsten Tannen aussucht und mein Vater hat ihn eine vier Schuhdicke umbrechen sehen, wie ein Rohr. Mit diesen beschenkt er die, welche sich vom Rechte abwenden und zu ihm gehen. Um Mitternacht bringen sie dann die Gsteher ins Wasser und er rudert mit ihnen nach Holland. Aber wäre ich Herr und König in Holland, ich ließ ihn mit Kartetschen in den Boden schmettern. Denn alle Schiffe, die von dem Holländer Michel auch nur einen Balken haben, müssen untergehen. Daher kommt es, dass man so viel von Schiffbrüchen hört. Wie könnte denn sonst ein schönes, starkes Schiff so groß wie eine Kirche zugrunde gehen auf dem Wasser? Aber so oft Holländer Michel in einer Sturmnacht im Schwarzwald eine Tanne fällt, springt eine seiner Alten aus den Fugen des Schiffes. Das Wasser dringt ein und das Schiff ist mit Mann und Maus verloren. Das ist die Sage vom Holländer Michel und wahr ist es, alles Böse im Schwarzwald schreibt sich von ihm her. Oh, er kann einen Reich machen, setzte der Kreis geheimnisvoll hinzu. Aber ich möchte nichts von ihm haben. Ich möchte um keinen Preis in der Haut des dicken Ezechiel, des langen Schluckers stecken. Auch der Tanzbodenkönig soll sich ihm ergeben haben. Der Sturm hatte sich während der Erzählung des Alten gelegt. Die Mädchen zündeten schüchtern die Lampen an und gingen weg. Die Männer aber legten Peter Munk einen Sack voll Laub als Kopfkissen auf die Ofenbank und wünschten ihm gute Nacht. Kohlenmunk Peter hatte noch nie so schwere Träume gehabt wie in dieser Nacht. Bald glaubte er, der finstere, riesige Holländer Michel risse die Stubenfenster auf und reiche mit seinen ungeheuer langen Armen einen Beutel voll Geldstücke herein, die er untereinander schüttelte, dass es hell und lieblich klang. Bald sah er wieder das kleine, freundliche Glasmännlein auf einer ungeheuren, grünen Flasche im Zimmer herumreiten. Und er meinte das heißere Lachen zu hören, wie im Tannenbühl. Dann brummte es ihm wieder ins linke Ohr, »In Holland gibt's Gold, könnt's haben, wenn ihr wollt, um geringen sollt, Gold, Gold.« Dann hörte er wieder in sein rechtes Ohr das Liedchen vom Schatzhauser im grünen Tannenwald und eine zarte Stimme flüsterte, »Dummer Kohlenpeter, dummer Peter Munk, kannst kein Sprüchlein reimen auf Stehen und bist doch am Sonntag geboren. Schlag zwölf Uhr. Reime, dummer Peter, reime!« Er ächzte, er stöhnte im Schlaf, er mühte sich ab, einen Reim zu finden, aber da er in seinem Leben noch keinen gemacht hatte, war seine Mühe im Traum vergebens. Als er mit dem ersten Frührot erwachte, kam ihm doch sein Traum sonderbar vor. Er setzte sich mit verschränkten Armen hinter den Tisch und dachte über die Einflüsterungen nach, die ihm noch immer im Ohr lagen. »Reime, dummer Kohlenmunk Peter, reime!« sprach er zu sich und pochte mit dem Finger an seine Stirn. Aber es wollte kein Reim hervorkommen. Als er noch so da saß und trübe vor sich hinschaute und an den Reim auf Stehen dachte, da zogen drei Burschen vor dem Haus vorbei in den Wald und einer sang ihm vorübergehen, »Am Berge tat ich stehen und schaute in das Tal, da hab ich sie gesehen zum allerletzten Mal.« Das fuhr wie ein leuchtender Blitz durch Peters Ohr und hastig raffte er sich auf, stürzte aus dem Haus, weil er meinte, nicht recht gehört zu haben, sprang den drei Burschen nach und packte den Sänger hastig und unsanft beim Arm. »Halt, Freund!« rief er, »was habt ihr da auf Stehen gereimt? Tut mir die Liebe und sprecht, was habt ihr gesungen?« »Was ficht ich an, Bursche?« entgegnete der Schwarzwälder. »Ich kann singen, was ich will, und gleich lass meinen Arm los, oder?« »Nein, du sollst sagen, was du gesungen hast,« schrie Peter beinahe außer sich und packte ihn noch fester an. Die zwei anderen aber, weil sie dies sahen, zögerten nicht lange, sondern fielen mit derben Fäusten über den Armen Peter her und walkten ihn derb, bis er vor Schmerzen das Gewand des Dritten ließ und erschöpft in die Knie sang. »Jetzt hast du deinen Teil,« sprachen sie lachend, »und merk dir, toller Bursche, dass du Leute wie wir sind, nimmer anfällst auf offenem Wege.« »Ach, ich will's mir gewisslich merken,« erwiderte Kohlenpeter seufzend, »aber so ich die Schläge habe, seid so gut und saget mir deutlich, was jener gesungen.« Da lachten sie aufs Neue und spotteten ihn aus, aber der das Lied gesungen, sagte es ihm vor und lachend und singend zogen sie weiter. »Also sehen,« sprach der arme Geschlagene, indem er sich mühsam aufrichtete, »sehen und stehen. Jetzt, Glasmännlein, wollen wir wieder ein Wort zusammensprechen.« Er ging in die Hütte, holte seinen Hut und den langen Stock, nahm Abschied von den Bewohnern der Hütte und trat seinen Rückweg nach dem Tannenbühl an. Er ging langsam und sinnend seine Straße, denn er musste ja seinen Vers ersinnen. Endlich, als er schon in dem Bereich des Tannenbühls ging und die Tannen höher und dichter wurden, hatte er auch seinen Vers gefunden und machte vor Freude einen Sprung in die Höhe. Da trat ein riesengroßer Mann in Flözerkleidung, eine Stange, so lang wie ein Mastbaum in der Hand, hinter den Tannen hervor. Peter Munk sank beinahe in die Knie, als er jenen langsamen Schrittes neben sich wandeln sah, denn er dachte, das ist der Holländer Michel und kein anderer. Noch immer schwieg die furchtbare Gestalt und Peter schielte zuweilen furchtsam nach ihm hin. Er war wohl einen Kopf größer als der längste Mann, den Peter je gesehen. Sein Gesicht war nicht mehr jung, doch auch nicht alt, aber voll Furchen und Falten. Er trug einen Wams von Leinwand und die ungeheuren Stiefel über die Lederbeinkleider heraufgezogen, waren Peter aus der Sage wohl bekannt. Peter Munk, was tust du im Tannenbühl? fragte der Waldkönig endlich mit tiefer, dröhnender Stimme. Guten Morgen, Landsmann, antwortete Peter, indem er sich unerschrocken zeigen wollte, aber heftig zitterte. Ich will durch den Tannenbühl nach Haus zurück. Peter Munk, erwiderte Jena und warf einen stechenden, furchtbaren Blick nach ihm hinüber. Dein Weg geht nicht durch diesen Hain. So gerade just nicht, sagte Jena, aber es macht heute warm, da dachte ich, es wird hier kühler sein. Lüge nicht, du Kohlenpeter, rief Holländer Michel mit donnernder Stimme, oder ich schlage dich mit der Stange zu Boden. Meinst, ich habe dich nicht betteln sehen bei dem Kleinen? setzte er sanft hinzu. Geh, geh, das war ein dummer Streich. Gut ist es, dass du das Sprüchlein nicht wusstest. Er ist ein Knauser, der kleine Kerl, und gibt nicht viel. Und wem er gibt, der wird seines Lebens nicht froh. Peter, du bist ein armer Tropf und dauerst mich in der Seele. So ein munterer, schöner Bursche, der in der Welt was anfangen könnte und sollst Kohlen brennen, wenn andere große Thaler oder Dukaten aus dem Ärmeln schütteln, kannst du kaum ein paar Sechser aufwenden. Es ist ein ärmliches Leben. Wahr ist's, und recht habt ihr ein elendes Leben. Na, mir soll's nicht drauf ankommen, fuhr der schreckliche Michelfahrt. Hab schon manchem braven Kerl aus der Not geholfen, und du wärst nicht der Erste. Sag einmal, wie viel hundert Thaler brauchst du fürs Erste? Bei diesen Worten schüttelte er das Geld in seiner ungeheuren Tasche untereinander, und es klang wieder wie in dieser Nacht im Traum. Aber Peters Herz zuckte ängstlich und schmerzhaft bei diesen Worten. Es wurde ihm kalt und warm, und der Holländer Michel sah nicht aus, wie wenn er aus Mitleid Geld wegschenkte, ohne etwas dafür zu verlangen. Es fielen ihm die geheimnisvollen Worte des alten Mannes über die reichen Menschen ein, und von unerklärlicher Angst und Bangigkeit gejagt, rief er, Schönen Dank, Herr, aber mit euch will ich nichts zu schaffen haben, ich kenne euch schon, und lief, was er laufen konnte. Aber der Waldgeist schritt mit ungeheuren Schritten neben ihm her, und murmelte dumpf und drohend, Wirst noch bereuen, Peter, wirst noch zu mir kommen, auf deiner Stirne steht's geschrieben, in deinem Auge ist's zu lesen, du entgehst mir nicht, lauf nicht so schnell, hör nur noch ein vernünftig Wort, dort ist schon meine Grenze. Aber als Peter dies hörte und unweit vor ihm einen kleinen Graben sah, beeilte er sich nur noch mehr, über die Grenze zu kommen, so dass Michel am Ende schneller laufen musste und unter Flüchen und Drohungen ihn verfolgte. Der junge Mann setzte mit einem verzweifelten Sprung über den Graben, denn er sah, wie der Waldgeist mit seiner Stange ausholte und sie auf ihn niederschmettern lassen wollte. Er kam glücklich jenseits an und die Stange zersplitterte in der Luft wie an einer unsichtbaren Mauer und ein langes Stück fiel zu Peter herüber. Triumphierend hob er es auf, um es dem groben Holzfällermichel zuzuwerfen, aber in diesem Augenblick fühlte er das Stück Holz in seiner Hand sich bewegen und zu seinem Entsetzen sah er, dass es eine ungeheure Schlange sei, was er in der Hand hielt, die sich schon mit geifernder Zunge und blitzenden Augen an ihm hinaufbäumte. Er ließ sie los, aber sie hatte sich schon fest um seinen Arm gewickelt und kam mit schwankendem Kopf seinem Gesicht immer näher. Da rauschte auf einmal ein ungeheurer Auerhahn nieder, packte den Kopf der Schlange mit dem Schnabel, erhob sich mit ihr in die Lüfte und Holländer Michel, der dies alles von dem Graben aus gesehen hatte, heulte und schrie und raste, als die Schlange von einem Gewaltigern entführt ward. Erschöpft und zitternd setzte Peter seinen Weg fort. Der Pfad wurde steiler, die Gegend wilder und bald fand er sich wieder an der ungeheuren Tanne. Er machte wieder, wie gestern, seine Verbeugungen gegen das unsichtbare Glasmännlein und hub dann an, Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon vielhundert Jahre alt, dein ist all Land, wo Tannen stehen, lässt dich nur Sonntagskindern sehen. Hast zwar nicht ganz getroffen, aber weil du es bist, Kohlenmunk Peter, so soll es so hingehen, sprach eine zarte, feine Stimme neben ihm. Erstaunt sah er sich um und unter einer schönen Tanne saß ein kleines altes Männlein in schwarzem Wams und roten Strümpfchen und den großen Hut auf dem Kopf. Er hatte ein feines, freundliches Gesichtchen und ein Bärtchen so zart wie aus Spinnweben. Er rauchte, was sonderbar anzusehen war, aus einer Pfeife von blauem Glas und als Peter näher trat, sah er zu seinem Erstaunen, dass auch Kleider, Schuhe und Hut des Kleinen aus gefärbtem Glas bestanden, aber es war geschmeidig, als ob es noch heiß wäre, denn es schmiegte sich wie ein Tuch an jede Bewegung des Männleins. Du hast dem Flegel begegnet, dem Holländer Michel, sagte der Kleine, indem er zwischen jedem Wort sonderbar hüstelte. Er hat dich recht ängstigen wollen, aber seinen Kunstprügel habe ich ihm abgejagt, und den soll er nimmer wieder kriegen. Ja, Herr Schatzhauser, erwiderte Peter mit einer tiefen Verbeugung, es war mir recht bang, aber ihr seid wohl der Herr Auerhahn gewesen, der die Schlange totgebissen, da bedanke ich mich schönstens. Ich komme aber, um mich rar zu erholen bei euch. Es geht mir gar schlecht und hinderlich, das Kohlenbrennen bringt es nicht weit, und da ich noch jung bin, dächte ich doch, es könnte noch was Besseres aus mir werden, und wenn ich oft andere sehe, wie weit die es in kurzer Zeit gebracht haben, wenn ich nur den Ezechiel nehme und den Tanzbodenkönig, die haben Geld Geld wie Heu. Peter, sagte der Kleine sehr ernst und blies den Rauch aus seiner Pfeife weit hinweg. Peter, sag mir nichts von diesen, was haben sie davon, wenn sie ein paar Jahre dem Schein nach glücklich und dann nachher desto unglücklicher sind? Du musst dein Handwerk nicht verachten, dein Vater und Großvater waren Ehrenleute und haben es auch getrieben, Peter Munk. Ich will nicht hoffen, dass es Liebe zum Müßiggang ist, die dich zu mir führt. Peter erschrak vor dem Ernst des Männleins und errötete. Nein, sagte er, Müßiggang weiß ich wohl, Herr Schatzhauser im Tannenwald, Müßiggang ist aller Laster Anfang, aber das könnt ihr mir nicht übel nehmen, wenn mir ein anderer Stand besser gefällt als der meinige. Das Kohlenbrennen ist halt so gar etwas Geringes auf der Welt und die Glasleute und Flözer und Uhrmacher und alle sind angesehener. Hochmut kommt oft vor dem Fall, erwiderte der kleine Herr vom Tannenwald etwas freundlicher. Ihr seid ein sonderbar Geschlecht, ihr Menschen. Selten ist einer mit dem Stand zufrieden, in dem er geboren und erzogen ist. Und was gilt's, wenn du ein Glasmann wärst, möchtest du gern ein Holzherr sein, und wärst du Holzherr, so stünde dir des Försters Dienst oder des Amtmanns Wohnungen an. Aber es sei, wenn du versprichst, brav zu arbeiten, so will ich dir zu etwas Besserem verhelfen, Peter. Ich pflege jedem Sonntagskind, das sich zu mir zu finden weiß, drei Wünsche zu gewähren. Die ersten zwei sind frei, den dritten kann ich verweigern, wenn er töricht ist. So wünsche dir also jetzt etwas, aber Peter etwas Gutes und Nützliches. Heißer, ihr seid ein treffliches Glasmännlein, und mit Recht nennt man euch Schatzhauser, denn bei euch sind die Schätze zu Hause. Nun, und also darf ich wünschen, wonach mein Herz begehrt, so will ich denn fürs Erste, dass ich noch besser tanzen könne als der Tanzbodenkönig und immer so viel Geld in der Tasche habe als der dicke Ezechiel. Du Thor, erwiderte der kleine zürnend, welch ein erbärmlicher Wunsch ist dies, gut tanzen zu können und Geld zum Spiel zu haben. Schämst du dich nicht, dummer Peter, dich selbst so um dein Glück zu betrügen? Was nützt es dir und deiner armen Mutter, wenn du tanzen kannst? Was nützt dir dein Geld, das nach deinem Wunsch nur für das Wirtshaus ist und wie das des elenden Tanzbodenkönigs dort bleibt? Dann hast du wieder die ganze Woche nichts und darbst wie zuvor. Noch einen Wunsch gebe ich dir frei, aber sieh dich vor, dass du vernünftiger wünschest. Peter kraute sich hinter den Ohren und sprach nach einigem Zögern, nun so wünsche ich mir die schönste und reichste Glashütte im ganzen Schwarzwald mit allem Zubehör und Geld sie zu leiten. Sonst nichts? fragte der Kleine mit besorglicher Miene. Peter sonst nichts? Nun ihr könnt noch ein Pferd dazu tun und ein Wägelchen. Oh du dummer Kohlenmunk Peter rief der Kleine und warf seine gläserne Pfeife im Unmut an eine dicke Tanne dass sie in hundert Stücke sprang. Pferde Wägelchen Verstand sag ich dir Verstand gesunden Menschenverstand und Einsicht hättest du dir wünschen sollen aber nicht Pferdchen und Wägelchen nun werde nur nicht so traurig wir wollen sehen dass es auch nicht zu deinem Schaden ist denn der zweite Wunsch war im ganzen nicht töricht eine gute Glashütte ernährt auch ihren Mann und Meister nur hättest du Einsicht und Verstand dazu mitnehmen können Wagen und Pferde wären dann wohl von selbst gekommen Aber aber Herr Schatzhauser erwiderte Peter ich habe ja noch einen Wunsch übrig da könnte ich ja Verstand wünschen wenn er mir so überaus nötig ist wie ihr meinet nichts da du wirst noch in manche Verlegenheit kommen wo du froh sein wirst wenn du noch einen Wunsch frei hast und nun mache dich auf den Weg nach Hause hier sind sprach der kleine Tannengeist in dem er ein kleines Beutelein aus der Tasche zog hier sind 2000 Gulden und damit genug und komm mir nicht wieder um Geld zu fordern denn dann müsste ich dich an die höchste Tanne aufhängen so hab ich es gehalten seit ich in dem Wald wohne vor drei Tagen aber ist der alte Wink Fritz gestorben der die große Glashütte gehabt hat im Unterwald dorthin gehe Werbe wie es recht ist halte dich wohl sei fleißig und ich will dich zuweilen besuchen um dir mit Rat und Tat an die Hand zu gehen weil du dir doch keinen Verstand erbeten aber und das sage ich dir ernstlich dein erster Wunsch war böse nimm dich in Acht vor dem Wirtshaus laufen Peter satt noch bei keinem lange gut getan das Männlein hatte während und als dies sprach eine neue Pfeife vom schönsten Beinglas hervorgezogen sie mit gedörrten Tannenzapfen vollgestopft und in den kleinen zahnlosen Mund gesteckt dann zog er ein ungeheures Brennglas hervor trat in die Sonne und zündete seine Pfeife an als er damit fertig war bot er dem Peter freundlich die Hand gab ihm noch ein paar gute Lehren auf den Weg rauchte und blies immer schneller und verschwand endlich in einer Rauchwolke die nach echtem holländischem Tabak roch und langsam sich kräuselnd in den Tannenwipfeln verschwebte als Peter nach Hause kam fand er seine Mutter sehr in Sorge um ihn denn die gute Frau glaubte nicht anders als ihr Sohn sei zum Soldaten ausgehoben worden er aber war fröhlich und guter Dinge und erzählte ihr wie er im Wald einen guten Freund getroffen der ihm Geld vorgeschossen habe um ein anderes Geschäft als Kohlenbrennen anzufangen Obgleich seine Mutter schon seit 30 Jahren in der Köhler Hütte wohnte und an den Anblick beruhster Leute so gewöhnt war als jede Müllerin an das Mehlgesicht ihres Mannes so war sie doch eitel genug sobald ihr Peter ein glänzenderes Los zeigte ihren früheren Stand zu verachten und sprach ja als Mutter eines Mannes der eine Glashütte besitzt bin ich doch was anderes als Nachbarin Grete und bete und setze mich in Zukunft vorne hin in der Kirche wo rechte Leute sitzen ihr Sohn aber wurde mit den Erben der Glashütte bald handelseinig er behielt die Arbeiter die er vorfand bei sich und ließ nun Tag und Nacht Glas machen Anfangs gefiel ihm das Handwerk wohl er pflegte gemächlich in die Glashütte hinab zu steigen ging dort mit vornehmen Schritten die Hände in die Taschen gesteckt hin und her guckte dahin guckte dorthin sprach dies und jenes worüber seine Arbeiter oft nicht wenig lachten und seine größte Freude war das Glas Glas zu sehen und oft machte er sich selbst an die Arbeit und formte aus der noch weichen Masse die sonderbarsten Figuren bald aber war ihm die Arbeit entleidend er kam zuerst nur noch eine Stunde des Tages in die Hütte dann nur alle zwei Tage endlich die Woche nur einmal und seine Gesellen machten was sie wollten das alles kam aber nur vom Wirtshaus laufen den Sonntag nachdem er vom Tannenbühl zurückgekommen war ging er ins Wirtshaus und wer schon auf dem Tanzboden sprang war der Tanzboden König und der dicke Ezechiel saß auch schon hinter der Marskanne und knöchelte um Kronenthaler da fuhr Peter schnell in die Tasche um zu sehen ob ihm das Glasmännlein Wort gehalten und siehe seine Tasche strotzte vor Silber und Gold auch in seinen Beinen zuckte und drückte es wie wenn sie tanzen und springen wollten und als der erste Tanz zu Ende war stellte er sich mit seiner Tänzerin oben an neben den Tanzboden König und sprang dieser drei Schuh hoch so flog Peter vier machte dieser wunderliche und zierliche Schritte so verschlang und drehte Peter seine Füße dass alle Zuschauer vor Lust und Verwunderung beinahe außer sich kamen als man aber auf dem Tanzboden vernahm dass Peter eine Glashütte gekauft hatte als man sah dass er so oft er an den Musikanten vorbeitanzte ihnen einen Sechsbetzner zuwarf da war des Staunens kein Ende die einen glaubten er habe einen Schatz im Wald gefunden die anderen meinten er habe eine Erbschaft getan aber alle verehrten ihn jetzt und hielten ihn für einen gemachten Mann nur weil er Geld hatte verspielte er doch noch an demselben Abend 20 Gulden und nichts desto minder rasselte und klang es in seiner Tasche wie wenn noch 100 Taler darin wären als Peter sah wie angesehen er war wusste er sich vor Freude und Stolz nicht zu fassen er warf das Geld mit vollen Händen weg und teilte es den Armen reichlich mit wusste er doch wie ihn selbst einst die Armut gedrückt hatte des Tanzbodenkönigs Künste wurden vor den übernatürlichen Künsten des neuen Tänzers zu Schanden und Peter führte jetzt den Namen Tanzkaiser Die unternehmendsten Spiele am Sonntag wagten nicht so viel wie er aber sie verloren auch nicht so viel und je mehr er verlor desto mehr gewann er das verhielt sich aber ganz so wie er es von dem Glasmännlein verlangt hatte er hatte sich gewünscht immer so viel Geld in der Tasche zu haben wie der dicke Ezechiel und gerade dieser war es an welchen mal verlor so hatte er sie also bald wieder in der Tasche wenn sie Ezechiel einstrich nach und nach brachte er es aber im Schlemmen und Spielen weiter als die schlechtesten Gesellen im Schwarzwald und man nannte ihn öfter Spielpeter als Tanzkaiser denn er spielte auch beinahe an allen Werktagen darüber kam aber seine Glashütte nach und nach in Verfall und daran war Peters Unverstand schuld Glas ließ er machen so viel man immer machen konnte aber er hatte mit der Hütte nicht zugleich das Geheimnis gekauft wohin man es am besten verschleißen könne er wusste am Ende mit der Menge Glas nichts anzufangen und verkaufte es um den halben Preis an herumziehende Händler nur um seine Arbeiter bezahlen zu können eines Abends ging er auch wieder vom Wirtshaus heim und dachte trotz des vielen Weines den er getrunken um sich fröhlich zu machen mit Schrecken und Kram an den Verfall seines Vermögens da bemerkte er auf einmal dass jemand neben ihm gehe er sah sich um und siehe da es war das Glasmännlein da geriet er in Zorn und Eifer vermaß sich hoch und teuer und schwur der Kleine sei an all seinem Unglück schuld was tu ich nun mit Pferd und Wägelchen rief er was nutzt mich die Hütte und all mein Glas selbst als ich Sorgen jetzt weiß ich nicht wann der Amtmann kommt und meine Habe schätzt und mir vergantet der Schulden wegen so entgegnete das Glasmännlein so ich also soll schuld daran sein dass du unglücklich bist ist dies der Dank für meine Wohltaten wer hieß dich auch so töricht wünschen ein Glasmann wolltest du sein und wusstest nicht wohin dein Glas verkaufen sagte ich dir nicht du solltest behutsam wünschen verstand Peter Klugheit hat dir gefehlt was Verstand und Klugheit rief jener ich bin ein so kluger Bursche als irgendeiner und will es dir zeigen Glasmännlein und bei diesen Worten fasste er das Männlein unsanft am Kragen und rief hab ich dich jetzt Schatz Hauser im grünen Tannenwald und den dritten Wunsch will ich jetzt tun den sollst du mir gewähren und so will ich hier auf der Stelle zweimal hunderttausend harte Thaler und ein Haus und oh weh schrie er und schüttelte die Hand denn das Glasmännlein hatte sich in glühendes Glas verwandelt und brannte in seiner Hand wie sprühendes Feuer aber von dem Männlein war nichts mehr zu sehen mehrere Tage lang erinnerte ihn seine Wunschamkeit und Torheit dann aber übertäubte er sein Gewissen und sprach und wenn sie mir die Glashütte und alles verkaufen so bleibt mir doch noch immer der dicke Ezechiel solange der Geld am Sonntag hat kann es mir nicht fehlen ja Peter aber wenn er keines hat und so geschah es eines Tages und war ein wunderliches Rechenexempel denn eines Sonntages kam er angefahren ins Wirtshaus und die Leute steckten die Köpfe durch die Fenster und der eine sagte da kommt der Spiel Peter und der andere ja der Tanzkaiser der reiche Glasmann und ein dritter schüttelte den Kopf und sprach mit dem Reichtum kann man es machen aber man sagt allerlei von seinen Schulden und in der Stadt hat einer gesagt der Amtmann werde nicht mehr lange Säumen zum Auspfänden indessen grüßte der reiche Peter die Gäste am Fenster vornehmen und gravitätisch stieg vom Wagen und schrie Sonnenwirt guten Abend ist der dicke Ezechiel schon da und eine tiefe Stimme rief nur hörein Peter dein Platz ist dir aufbehalten wir sind schon da und bei den Karten so trat Peter Munk in die Wirtsstube und fuhr gleich in die Taschen und merkte dass Ezechiel gut versehen sein müsse denn seine Taschen waren bis oben angefüllt er setzte sich hinter den Tisch zu den anderen und spielte und gewann und verlor hin und her und so spielten sie bis andere ehrliche Leute als es Abend wurde nach Hause gingen und spielten bei Licht bis zwei andere Spieler sagten jetzt ist's genug und wir müssen heim zu Frau und Kind aber Spielpeter forderte den dicken Ezechiel auf zu bleiben dieser wollte lange nicht endlich aber rief er gut jetzt will ich mein Geld zählen und dann wollen wir knöcheln den Satz um fünf Gulden denn Niederer ist es doch nur ein Kinderspiel er zog den Beutel und zählte und fand hundert Gulden bar und Spielpeter wusste nun wie viel er selbst habe und brauchte es nicht erst zu zählen aber hatte Ezechiel vorher gewonnen so verlor er jetzt Satz für Satz und fluchte gräulich dabei warf er einen Pasch gleich warf Spielpeter auch einen und immer zwei Augen höher da setzte er endlich die letzten fünf Gulden auf den Tisch und rief noch einmal und wenn ich auch dann noch verliere so höre ich doch nicht auf dann leist du mir von deinem gewinn Peter ein ehrlicher Kerl hilft dem anderen so viel du willst und wenn es hundert Gulden sein sollten sprach der Tanzkaiser fröhlich über seinen Gewinn und der dicke Ezechiel schüttelte die Würfel und warf 15 Pasch rief er jetzt wollen wir sehen Peter aber warf 18 und eine heisere bekannte Stimme hinter ihm sprach so das war der letzte er sah sich um und riesengroß stand der Holländer Michel hinter ihm erschrocken ließ er das Geld fallen das er schon eingezogen hatte aber der dicke Ezechiel sah den Waldmann nicht sondern verlangte der Spiel Peter solle ihm zehn Gulden vor Strecken zum Spiel halb im Traum fuhr dieser mit der Hand in die Tasche aber da war kein Geld er suchte in der anderen Tasche aber auch da fand sich nichts er kehrte den Rock um aber es fiel kein roter heller heraus und jetzt erst gedachte er seines eigenen ersten Wunsches immer so viel Geld zu haben als der dicke Ezechiel wie Rauch war alles verschwunden der Wirt und Ezechiel sahen ihn staunend an als er immer suchte und sein Geld nicht finden konnte sie wollten ihm nicht glauben dass er keines mehr habe aber als sie endlich selbst in seinen Taschen suchten würden sie zornig und schworen der Spiel Peter sei ein böser Zauberer und habe all das gewonnene Geld und sein eigenes nach Hause gewünscht Peter verteidigte sich standhaft aber der Schein war gegen ihn Ezechiel sagte er wolle die schreckliche Geschichte allen Leuten im Schwarzwald erzählen und der Wirt versprach ihm morgen mit dem frühesten in die Stadt zu gehen und Peter Munk als Zauberer anzuklagen und er wolle es erleben setzte er hinzu dass man ihn verbrenne dann fielen sie wütend über ihn her rissen ihm das Wams vom Leib und warfen ihn zur Türe hinaus Kein Stern schien am Himmel als Peter trübselig seiner Wohnung zuschlich aber dennoch konnte er eine dunkle Gestalt erkennen die neben ihm herschritt und endlich sprach mit dir ist's aus Peter Munk all deine Herrlichkeit ist zu Ende und das hätte ich dir schon damals sagen können als du nichts von mir hören wolltest und zu dem dummen Glas Zwerg liefst da siehst du jetzt was man davon hat wenn man meinen Rat verachtet aber versuch es einmal mit mir ich habe Mitleid mit deinem Schicksal noch keinen hat es geräut der sich an mich wandte und wenn du den Weg nicht scheust morgen den ganzen Tag bin ich am Tannenbühl zu sprechen wenn du mich rufst Peter merkte wohl wer so zu ihm sprach aber er antwortete nicht sondern lief seinem Hause zu als Peter am Montagmorgen in seine Glashütte ging da waren nicht nur seine Arbeiter da sondern auch andere Leute die man nicht gerne sieht nämlich der Amtmann und drei Gerichtsdiener der Amtmann wünschte Petern einen guten Morgen fragte wie er geschlafen und zog dann ein langes Register heraus darauf waren Peters Gläubiger verzeichnet könnt ihr zahlen oder nicht fragte der Amtmann mit strengem Blick und macht es nur kurz denn ich habe nicht viel Zeit zu versäumen und in den Turm ist es drei gute Stunden da 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 verzeichnet Peter da verzeichnet dass er nichts mehr habe und überließ es dem Amtmann Haus und Hof Hütte und Stall Wagen und Pferd zu schätzen und als der Gerichtsdiener und der Amtmann umhergingen und prüften und schätzten dachte er bis zum Tannenbühl ist's nicht weit hat mir der Kleine nicht geholfen so will ich es einmal mit dem großen Versuch Er lief dem Tannenbühl zu so schnell als ob die Gerichtsdiener ihm auf den Fersen wären es war ihm als er an dem Platz vorbeirannte wo er das Glasmännlein zuerst gesprochen als halte ihn eine unsichtbare Hand auf aber er riss sich los und lief weiter bis an die Grenze die er sich früher wohl gemerkt hatte und kaum hatte er beinahe atemlos Holländer Michel Herr Holländer Michel gerufen als auch schon der riesengroße Flözer mit seiner Stange vor ihm stand kommst du sprach dieser lachend haben sie dir die Haut abziehen und deinen Gläubigern verkaufen wollen nun sei ruhig dein ganzer Jammer kommt wie gesagt von dem kleinen Glasmännlein von dem Separatisten und dem Frömmler her wenn man schenkt muss man gleich Recht schenken und nicht wie dieser Knauser doch komm fuhr er fort und wand sich gegen den Wald folge mir in mein Haus dort wollen wir sehen ob wir handelseinig werden handelseinig dachte Peter was kann er denn von mir verlangen was kann ich an ihn verhandeln soll ich ihm etwa dienen oder was will er sie gingen zuerst über einen steilen Waldstieg hinan und standen dann mit einem Mal an einer dunklen tiefen abschüssigen Schlucht Holländer Michel sprang den Felsen hinab wie wenn es eine sanfte Marmortreppe wäre aber bald wäre Peter in Ohnmacht gesunken denn als jener unten angekommen war machte er sich so groß wie ein Kirchturm und reichte ihm einen Arm so lange als einen eine Hand daran so breit als der Tisch im Wirtshaus und rief mit einer Stimme die heraufschalte wie eine tiefe Totenglocke setz dich nur auf meine Hand und halte dich an den Fingern so wirst du nicht fallen Peter tat zitternd was jener befohlen nahm Platz auf der Hand und hielt sich am Daumen des Riesen fest es ging weit und tief hinab aber dennoch ward es zu Peters Verwunderung nicht dunkel im Gegenteil die Tageshelle schien sogar zuzunehmen in der Schlucht aber er konnte sie lange in den Augen nicht ertragen Der Holländer Michel hatte sich je weiter Peter herab kam wieder kleiner gemacht und stand nun in seiner früheren Gestalt vor einem Haus so gering oder gut als es reiche Bauern auf dem Schwarzwald haben Die Stube worein Peter geführt wurde unterschied sich durch nichts von den Stuben anderer Leute als dadurch dass sie einsam schienen Die hölzerne Wanduhr der ungeheure Kachel Ofen die breiten Bänke die Gerätschaften auf den Gesimsen waren hier wie überall Michel wies ihm einen Platz hinter dem großen Tisch an ging dann hinaus und kam bald mit einem Krug Wein und Gläsern wieder Er goss ein und nun schwatzten sie und Holländer Michel erzählte von den Freuden der großen Welt von fremden Ländern schönen Städten und Flüssen dass Peter am Ende große Sehnsucht danach bekommend dies auch offen dem Holländer erzählte wenn du am ganzen Körper Mut und Kraft etwas zu unternehmen hast da kommen ein paar Schläge des dummen Herzens dich zittern machen und dann die Kränkungen der Ehre das Unglück für was soll sich ein vernünftiger Kerl um der gleichen kümmern hast du es im Kopf empfunden als dich letzt hin einer einen Betrüger und schlechten Kerl nannte hat es dir im Magen weh getan als der Amtmann kam dich aus dem Haus zu werfen was sag an was hat dir weh getan mein Herz sprach Peter indem er die Hand auf die pochende Brust presste denn es war ihm als ob sein Herz sich ängstlich hin und her wendete du hast nimm es mir nicht übel du hast viele hundert Gulden an schlechte Bettler und anderes Gesindel weggeworfen was hat es dich genützt sie haben dir dafür Segen und einen gesunden Leib gewünscht ja bist du deswegen gesünder geworden um die Hälfte des verschleuderten Geldes hättest du einen Arzt gehalten Segen ja ein schöner Segen wenn man ausgepfändet und ausgestoßen wird und was war es was dich getrieben in die Tasche zu fahren so oft ein Bettelmann seinen zerlumten Hut auch wieder dein Herz und weder deine Augen noch deine Zunge deine Arme noch deine Beine sondern dein Herz du hast dir es wie man richtig sagt zu sehr zu Herzen genommen aber wie kann man es sich denn angewöhnen dass es nicht mehr so ist ich gebe mir jetzt alle Mühe es zu unterdrücken und dennoch pocht mein Herz und tut mir wehe du freilich rief jener mit lachen du armer schelm kannst nichts dagegen tun aber gib mir das kaum pochende ding und du wirst sehen wie gut du es dann hast rief mein Herz rief Peter mit entsetzen da müsste ich ja sterben auf der Stelle nimmer mehr mir wenn einer eurer herrn chirurgen das Herz aus dem Leibe operieren wollte da müsstest du wohl sterben bei mir ist das ein anderes Ding doch komm herein und überzeuge dich selbst er stand bei diesen Worten auf öffnete eine Kammertüre und führte Peter hinein sein Herz zog sich krampfhaft zusammen als er über die Schwelle trat aber er achtete es nicht denn der Anblick der sich ihm bot war sonderbar und überraschend auf mehreren Gesimsen von Holz standen Gläser mit durchsichtiger Flüssigkeit gefüllt und in jedem dieser Gläser lag ein Herz auch waren an den Gläsern Zettel angeklebt und Namen darauf geschrieben die Peter neugierig las da war das Herz des Amtmanns in F das Herz des dicken Ezechiel das Herz des Tanzbodenkönigs das Herz des Oberförsters da waren sechs Herzen von Kornwucheran acht von Werboffizieren zwei von Geldmäklern kurz es war eine Sammlung der angesehensten Herzen in der Umgebung von 20 Stunden schau sprach Holländer Michel diese alle haben des Lebens Ängste und Sorgen weggeworfen keines dieser Herzen schlägt mehr ängstlich und besorgt und ihre ehemaligen Besitzer befinden sich wohl dabei dass sie den unruhigen Gast aus dem Hause haben aber was tragen sie denn jetzt dafür in der Brust fragte Peter den dies alles was er gesehen beinah schwindeln machte dies antwortete jener und reichte ihm aus einem Schubfach ein steinernes Herz so erwiderte er und konnte sich eines Schauers der ihm über die Haut ging nicht erwehren ein Herz von Marmelstein aber auch einmal Herr Holländer Michel das muss doch gar kalt sein in der Brust freilich aber ganz angenehm kühl warum soll denn ein Herz warm sein im Winter nützt dich die Wärme nichts da hilft ein guter Kirschgeist mehr als ein warmes Herz und im Sommer wenn alles schwül und heiß ist du glaubst nicht wie dann ein solch Herz abkühlt und wie gesagt weder Angst noch Schrecken weder törichtes Mitleid noch anderer Jammer pocht an ein solches Herz und das ist alles was ihr mir geben könnt fragte Peter unmutig ich hoff auf Geld und ihr wollt mir einen Stein geben nun ich denke an hunderttausend Gulden hättest du fürs erste genug wenn du es geschickt umtreibst kannst du bald ein Millionär werden hunderttausend rief der arme Köhler freudig nun so pocht doch nicht so ungestüm in meiner Brust wir werden bald fertig sein miteinander gut Michel gebt mir den Stein und das Geld und die Unruh könnt ihr aus dem Gehäuse nehmen ich dachte es doch dass du ein vernünftiger Bursche bist antwortete der Holländer freundlich lächelnd komm lass uns noch eins trinken und dann will ich das Geld auszählen so setzten sie sich wieder in die Stube zum Wein tranken und tranken wieder bis Peter in einen tiefen Schlaf verfiel Kohlenmunk Peter erwachte beim fröhlichen Schmettern eines Posthorns und siehe da er saß in einem schönen Wagen fuhr auf einer breiten Straße dahin und als er sich aus dem Wagen bog sah er in blauer Ferne hinter sich den Schwarzwald liegen anfänglich wollte er gar nicht glauben dass er es selbst sei der in diesem Wagen sitze denn auch seine Kleider waren gar nicht mehr dieselben die er gestern getragen aber er erinnerte sich noch an alles so deutlich dass er endlich sein Nachsinnen aufgab und rief der Kohlenmunk Peter bin ich das ist ausgemacht und kein anderer er wunderte sich über sich selbst dass er gar nicht wehmütig werden konnte als er jetzt zum ersten Mal aus der stillen Heimat aus den Wäldern wo er lange gelebt auszog selbst nicht als er an seine Mutter dachte die jetzt hülflos und im Elend saß konnte er eine Träne aus dem Auge pressen oder nur seufzen denn es war ihm alles gleichgültig ach freilich sagte er dann Tränen und Seufzer Heimweh und Wehmut kommen ja aus dem Herzen und dank dem Holländer Michel das meine ist kalt und von Stein er legte seine Hand auf die Brust und es war ganz ruhig dort und rührte sich nichts wenn er mit den Hunderttausend so gut Wort hielt wie mit dem Herz so soll es mich freuen sprach er und fing an seinen Wagen zu untersuchen er fand Kleidungsstücke von aller Art wie er sie nur wünschen konnte aber kein Geld endlich stieß er auf eine Tasche und fand viele tausend Tale in Gold und Scheinen auf Handlungshäuser in allen großen Städten jetzt habe ich es wie ich wollte dachte er setzte sich bequem in die Ecke des Wagens und fuhr in die weite Welt er fuhr und rechts an den Häusern hinauf schaute wenn er anhielt nichts als den Schild eines Wirtshauses an lief dann in der Stadt umher und ließ sich die schönsten Merkwürdigkeiten zeigen aber es freute ihn nichts kein Bild kein Haus keine Musik kein Tanz sein Herz von Stein nahm an nichts Anteil und seine Augen seine Ohren waren abgestumpft für alles Schöne nichts war ihm mehr geblieben als die Freude an Essen und Trinken und der Schlaf und so lebte er indem er ohne Zweck durch die Welt reiste zu seiner Unterhaltung speiste und aus Langeweile schlief hier und da erinnerte er sich zwar dass er fröhlicher glücklicher gewesen sei als er noch arm war und arbeiten musste um sein Leben zu fristen da hatte ihn jede schöne Aussicht ins Tal Musik und Gesang hatten ihn ergötzt da hatte er sich stundenlang auf die einfachste Kost die ihm die Mutter an den Meiler bringen sollte gefreut wenn er so über die Vergangenheit nachdachte so kam es ihm ganz sonderbar vor dass er jetzt nicht einmal lachen konnte und sonst hatte er über den kleinsten Scherz gelacht wenn andere lachten so verzog er nur aus Höflichkeit den Mund aber sein Herz lächelte nicht mit er fühlte dann dass er zwar überaus ruhig sei aber zufrieden fühlte er sich doch nicht es war nicht Heimweh oder Wehmut sondern öde über truss freudenloses leben was ihn endlich wieder zur Heimat trieb als er von Straßburg herüber fuhr und den dunklen Wald seiner Heimat erblickte als er zum ersten Mal wieder jene kräftigen Gestalten jene freundlichen treuen Gesichter der Schwarzwälder sah als sein Ohr die heimatlichen Klänge stark tief aber wohltönend vernahm da fühlte er schnell an sein Herz denn sein Blut weilte stärker und er glaubte er müsse sich freuen und müsse weinen zugleich aber wie konnte er nur so töricht sein er hatte ja ein Herz von stein und steine sind tot und lächeln und weinen nicht sein erster gang war zum holländer michel der ihn mit alter freundlichkeit aufnahm michel sagte er zu ihm gereist bin ich nun und habe alles gesehen ist aber alles dummes zeug und ich hatte nur lange weile überhaupt euer steinernes ding das ich in der brust trage schützt mich zwar vor manchem ich erzürne mich nie bin nie traurig aber ich freue mich auch nie und es ist mir als ob ich nur halb lebte könntet ihr das steinherz nicht ein wenig beweglicher machen oder gebt mir lieber mein altes herz ich ich hatte ich hatte in 25 jahren daran gewöhnt und wenn es zu weilen auch einen dummen streich machte so war es doch munter und ein fröhliches herz der waldgeist lachte grimmig und bitter wenn du einmal tot bist peter munk antwortete er dann soll es dir nicht fehlen dann sollst du dein weiches rührbares herz wieder haben und du kannst dann fühlen was kommt freud oder leid aber hier oben kann es nicht mehr dein werden doch peter gereist bist du wohl aber so wie du lebtest konnte es dir nichts nützen setze dich jetzt hier irgendwo im wald bau ein haus heirate treibe dein vermögen um es hat dir ja nur an arbeit gefehlt weil du müßig warst hattest du lange weile und schiebst es jetzt alles auf dieses unschuldige herz peter sah ein dass michel recht habe was den müßiggang betraf und nahm sich vor reich und immer reicher zu werden michel schenkte ihm noch einmal hunderttausend gulden und entließ ihn als seinen guten freund der kohlenmunk peter oder spiel peter sei wieder da und noch viel reicher als zuvor es ging auch jetzt wie immer als er am bettelstab war wurde er in der sonne zur tür hinaus geworfen und als er jetzt an einem sonntagnachmittag seinen ersten einzug dort hielt schüttelten sie ihm die hand lobten sein pferd fragten nach seinen reisen und als er wieder mit dem dicken etzechiel um harte taler spielte stand er in der achtung so hoch als je er trieb jetzt aber nicht mehr das glashandwerk sondern den holzhandel aber auch nur zum schein sein hauptgeschäft war mit korn und geld zu handeln der halbe schwarzwald wurde ihm nach und nach schuldig aber er lieh geld nur auf zehn prozent aus oder verkaufte korn an die armen die nicht gleich zahlen konnten um den dreifachen wert mit dem amtmann stand er jetzt in enger freundschaft und wenn einer herrn peter munk nicht auf den tag bezahlte so ritt der amtmann mit seinen schergen aus schätzte haus und hof verkaufte es flugs und trieb vater mutter und kind in den wald anfangs machte dies dem reichen peter einige unlust denn die armen ausgepfändeten belagerten dann haufenweise seine tür die männer flehten um nachsicht die weiber suchten das steinerne herz zu erweichen und die kinder winselten um ein stücklein brot aber als er sich ein paar tüchtige fleischerhunde angeschafft hatte hörte diese katzenmusik wie er es nannte bald auf er pfiff und hetzte und die bettelleute am meisten beschwerden machte ihm das alte weib das war aber niemand anders als frau munkin peters mutter sie war in not und elend geraten als man ihr haus und hof verkauft hatte und ihr sohn als er reich zurückgekehrt war hatte nicht mehr nach ihr gesehen da kam sie nun zuweilen alt schwach und gebrechlich an einem stock vor das Haus beinah wagte sie sich nimmer weggejagt aber es tat ihr wehe von den gut taten anderer menschen leben zu müssen da der eigene sohn ihr ein sorgenloses alter hätte bereiten können aber das kalte herz wurde nimmer gerührt von dem anblick der bleichen wohlbekannten züge von den bittenden blicken von der welken ausgestreckten hand von der hinfälligen gestalt mürrisch zog er wenn sie sonnabends an die hervor schlug ihn in ein papier und ließ ihn hinausreichen durch einen knecht er vernahm ihre zitternde stimme wenn sie dankte und wünschte es möge ihm wohl gehen auf erden er hörte sie hüstelnd von der türe schleichen aber er dachte nicht weiter daran als dass er wieder sechs batzen umsonst ausgegeben endlich kam peter auch auf den gedanken zu heiraten er wusste dass im ganzen schwarzwald jeder vater ihm gerne seine tochter geben werde aber er war schwierig in seiner wahl denn er wollte dass man auch hierin sein glück und seinen verstand preisen sollte daher ritt er umher im ganzen wald schaute hier schaute dort und keine der schönen schwarzwälderinnen deuchte ihm schön genug endlich nachdem er auf allen tanzböden umsonst nach der schönsten ausgeschaut hatte hörte er eines tages die schönste und tugendsamste im ganzen wald sei eines armen holzhauers tochter sie lebe still und für sich besorge geschickt und emsig ihres vaters haus und lasse sich nie auf dem tanzboden sehen nicht einmal zu pfingsten oder kirmes als peter von diesem wunder des schwarzwaldes hörte beschloss er um sie zu werben und ritt nach der hütte die man ihm bezeichnet hatte der vater der schönen lisbeth empfing den vornehmen herrn mit staunen und er staunte noch mehr als er hörte es sei dies der reiche herr peter und er wolle sein schwiegersohn werden er besann sich auch nicht lange denn er meinte all seine sorge und armut und das gute kind war so folgsam dass sie ohne widerrede frau peter munkin wurde aber es wurde der armen nicht so gut als sie sich geträumt hatte sie glaubte ihr hauswesen wohl zu verstehen aber sie konnte Herrn peter nichts zu dank machen sie hatte mit leid mit armen leuten und da ihr eheher reich war dachte sie es sei keine Sünde einem armen Bettelweib einen Pfennig oder einem alten Mann einen Schnaps zu reichen aber als Herr Peter dies eines Tages merkte sprach er mit zürnenden Blicken und rauer Stimme warum verschleuderst du mein Vermögen an Lumpen und Straßenhändler hast du was mitgebracht ins Haus das du weg schenken könntest mit deines Vaters Bettelstab kann man keine Suppe wärmen und wirfst das Geld aus wie eine Fürstin noch einmal lass dich betreten so sollst du meine Hand fühlen die schöne Lisbeth weinte in ihrer Kammer über den harten Sinn ihres Mannes und sie wünschte oft lieber heim zu sein in ihres Vaters ärmlicher Hütte als bei dem reichen aber geizigen hartherzigen Peter zu Hausen ach hätte sie gewusst dass er ein Herz von Marmor habe und weder sie noch irgendeinen Menschen lieben könnte so hätte sie sich wohl nicht gewundert so oft sie aber jetzt unter der Türe saß und es ging ein Bettelmann vorüber und zog den Hut und hob an seinen Spruch so drückte sie die Augen zu das Elend nicht zu schauen und ballte die Hand fester damit sie nicht unwillkürlich in die Tasche fahre ein Kreuzerlein heraus zu langen so kam es dass die schöne Lisbeth im ganzen Wald verschrien wurde und es hieß sie seien noch geiziger als Peter Munk aber eines Tages saß Frau Lisbeth wieder vor dem Haus und spann und murmelte ein Liedchen dazu denn sie war munter weil es schön Wetter und Herr Peter ausgeritten war überfällt da kommt ein altes Männlein des Weges daher der trägt einen großen schweren Sack und sie hört ihn schon von weitem Keuchen teilnehmend zieht ihm Frau Lisbeth zu und denkt einem so alten kleinen Mann sollte man nicht mehr so schwer aufladen indessen keucht und wankt das Männlein heran und als es gegenüber von Frau Lisbeth war brach es unter dem Sack beinahe Ach habt die Barmherzigkeit Frau und reicht mir einen Trunk Wasser sprach das Männlein ich kann nicht weiter muss Elend verschmachten Aber ihr solltet in eurem Alter nicht mehr so schwer tragen sagte Frau Lisbeth Ach wenn ich nicht Boden gehen müsste der Armut halber und mein Leben zu fristen antwortete er Ach so eine reiche Frau wie ihr weiß nicht wie wehe Armut tut und wie wohl ein frischer Trunk bei solcher Hitze Als sie dies hörte eilte sie ins Haus nahm einen Krug vom Gesims und füllte ihn mit Wasser Doch als sie zurückkehrte und nur noch wenige Schritte von ihm war und das Männlein sah wie es so elend und verkrümmt auf dem Sack saß da fühlte sie ein inniges Mitleid bedachte dass ihr Mann ja nicht zuhause sei und so stellte sie den Wasserkrug beiseite nahm einen Becher und füllte ihn mit Wein legte ein gutes Roggenbrot darauf und brachte es dem Alten so und ein Schluck Wein mag euch besser frommen als Wasser da ihr schon sogar alt seid sprach sie aber trinket nicht zu hastig und esset auch Brot dazu das alte Männlein sah sie staunend an bis große Tränen in seinen alten Augen standen er trank und sprach dann ich bin alt geworden aber ich habe wenig Menschen gesehen die so mitleidig wären und haben ihre Gaben so schön und herzig zu spenden wusst wie ihr Frau Lisbeth aber es wird euch dafür auch recht wohl gehen auf Erden solch ein Herz bleibt nicht unbelohnt nein und den Lohn soll sie auf der Stelle haben schrie eine schreckliche Stimme und als sie sich umsahen war es Herr Peter mit blutrotem Gesicht und sogar meinen Ehrenwein gießt du aus an Bettelleute und meinen Mundbecher gibst du an die Lippen der Straßenläufer da nimm deinen Lohn Frau Lisbeth stürzte zu seinen Füßen und bat um Verzeihung aber das steinerne Herz kannte kein Mitleid er drehte die Peitsche um die er in der Hand hielt und schlug sie mit dem Hand Griff von Ebenholz so heftig vor die schöne Stirn dass sie leblos dem alten Mann in die Arme sang Als er dies sah war es doch als reuete ihn die Tat auf der Stelle er bückte sich herab zu schauen ob noch Leben in ihr sei aber das Männlein sprach mit wohl bekannter Stimme gib dir keine Mühe Kohlen Peter es war die schönste und lieblichste Blume im Schwarzwald aber du hast sie zertreten und nie mehr wird sie blühen da wich alles Blut aus Peters Wangen und er sprach also ihr seid es Herr Schatzhauser nun was geschehen ist ist geschehen und es hat wohl so kommen müssen ich hoffe aber ihr werdet mich nicht bei dem Gericht anzeigen als Mörder Elender erwiderte das Glasmännlein was würde es mir frommen wenn ich deine sterbliche Hülle an den Galgen brächte nicht irdische Gerichte sind es die du Engere denn du hast deine Seele an den Bösen verkauft und hab ich mein Herz verkauft schrie Peter so ist niemand daran schuld als du und deine trügerischen Schätze du tückischer Geist hast mich ins Verderben geführt mich getrieben dass ich bei einem anderen Hilfe suchte und auf dir liegt die ganze Verantwortung aber kaum hatte er dies gesagt so wuchs und schwoll das Glasmännlein und breit und seine Augen sollen so groß gewesen sein wie Suppenteller und sein Mund war wie ein geheizter Backofen und Flammen blitzten daraus hervor Peter warf sich auf die Knie und sein steinernes Herz schützte ihn nicht dass nicht seine Glieder zitterten wie eine Espe mit Geierkrallen packte ihn der Waldgeist im Nacken drehte ihn um wie ein Wirbelwind dürres Laub und Erdenwurm rief er mit einer Stimme die wie Donner krollte ich könnte dich zerschmettern wenn ich wollte denn du hast den Herrn des Waldes gefriefelt aber um deines toten Weibes willen die mich gespeist und getränkt hat gebe ich dir acht Tage Frist bekehrst du dich nicht zum Guten so komme ich und zermalme dein Gebein und du fahrst hin in deinen Sünden Es war schon Abend als einige Männer die vorbeigingen den reichen Peter Munk an der Erde liegen sahen sie wandten ihn hin und her und suchten ob noch Atem in ihm sei aber lange war ihre Suche vergebens endlich ging einer in das Haus und brachte Wasser herbei und besprengte ihn da holte Peter tief Luft stöhnte und schlug die Augen auf schaute lange um sich her und fragte dann nach Frau Liesbeth aber keiner hatte sie gesehen er dankte den Männern für ihre Hilfe schlich in sein Haus und schaute sich um aber Frau Liesbeth war weder im Keller noch auf dem Boden und das was er für einen schrecklichen Traum gehalten war bittere Wahrheit wunderbare Gedanken er fürchtete sich vor nichts denn sein Herz war ja kalt aber wenn er an den Tod seiner Frau dachte kam ihm sein eigenes Hinscheiden in den Sinn und wie belastet er dahinfahren werde schwer belastet mit Tränen der Armen mit tausend ihrer Flüche die sein Herz nicht erweichen konnten mit dem Jammer der Elenden auf die er seine Hunde gehetzt belastet mit der stillen Verzweiflung seiner Mutter mit dem Blut der schönen guten Lisbeth und konnte er doch nicht einmal dem alten Mann ihrem Vater Rechenschaft geben wann er käme und fragte wo ist meine Tochter dein Weib wie sollte er einem anderen Frage stehen dem alle Wälder alle Seen alle Berge gehörten und die Leben der Menschen es quälte ihn auch nachts im Trauma und alle Augenblicke wachte er auf an einer süßen Stimme die ihm zurief Peter schafft dir ein wärmeres Herz und wenn er erwacht war schloss er doch schnell wieder die Augen denn der Stimme nach musste es Frau Lisbeth sein die ihm diese Warnung zurief den anderen Tag ging er ins Wirtshaus um seine Gedanken zu zerstreuen und dort traf er den dicken Ezechiel er setzte sich zu ihm sie sprachen dies und jenes vom schönen Wetter vom Krieg von den Steuern und endlich auch vom Tod und wie da und dort einer so schnell gestorben sei da fragte Peter den Dicken was er denn vom Tode halte und wie es nachher sein werde Ezechiel antwortete ihm dass man den Leib begrabe die Seele aber fahre entweder auf zum Himmel oder hinab in die Hölle also begrabt man das Herz auch fragte Peter gespannt eifreilich das wird auch begraben wenn aber einer sein Herz nicht mehr hat fuhr Peter fort Ezechiel sah ihn bei diesen Worten schrecklich an was willst du damit sagen willst du mich foppen meinst du ich habe kein Herz oh Herz genug so fest wie Stein erwiderte Peter Ezechiel sah ihn verwundert an schaute sich um ob es niemand gehört habe und sprach dann woher weißt du es oder pocht vielleicht das deinige auch nicht mehr pocht nicht mehr wenigstens nicht mehr hier in meiner Brust antwortete Peter Munk aber sag mir da du jetzt weißt was ich meine wie wird es gehen mit unseren Herzen was kümmert dich dies Gesell fragte Ezechiel lachend hast ja auf Erden voll auf zu leben und damit genug das ist ja gerade das bequeme an unseren kalten Herzen das das keine Furcht befällt vor solchen Gedanken wohl wahr aber man denkt doch daran und wenn ich auch jetzt keine Furcht mehr kenne so weiß ich doch wohl noch wie sehr ich mich vor der Hölle gefürchtet als ich noch ein kleiner und schuldiger Knabe war Nun gut wird es uns gerade nicht gehen sagte Ezechiel hab mal einen Schulmeister darüber befragt der sagte mir dass nach dem Tod die Herzen gewogen werden wie schwer sie sich versündigt hätten die leichten steigen auf die schweren sinken hinab und ich denke unsere Steine werden ein gutes Gewicht haben Ach freilich erwiderte Peter und es ist mir oft selbst unbequem dass mein Herz so teilnahmslos und ganz gleichgültig ist wenn ich an solche Dinge denke so sprachen sie aber in der nächsten Nacht hörte er fünf oder sechs mal die bekannte Stimme in sein Ohr lispeln Peter schafft dir ein wärmeres Herz er empfand keine Reue dass er sie getötet aber wenn er dem Gesinde sagte seine Frau sei verreist so dachte er immer sie wohl gereist sein sechs Tage hatte er es so getrieben und immer hörte er nachts diese Stimme und immer dachte er an den Waldgeist und seine schreckliche Drohung aber am siebten Morgen sprang er auf von seinem Lager und rief nun ja will sehen ob ich mir ein wärmeres schaffen kann denn der gleichgültige Stein in meiner Brust macht mir das Leben nur langweilig und öde er zog schnell seinen Sonntagsstart an und setzte sich auf sein Pferd und ritt dem Tannenbühl zu im Tannenbühl wo die Bäume dichter standen saß er ab band sein Pferd an und ging schnellen Schrittes dem Gipfel des Hügels zu und als er vor der dicken Tanne stand hub er seinen Spruch an Schatzhauser im grünen Tannenwald bist viele hundert lässt dich nur Sonntagskindern sehen da kam das Glasmännlein hervor aber nicht freundlich und traulich wie sonst sondern düster und traurig es hatte ein Röcklein an von schwarzem Glas und ein langer Trauerflor flatterte herab vom Hut und Peter wusste wohl um wen es trauere was willst du von mir Peter Munk fragte es mit dumpfer Stimme ich habe noch einen Wunsch Herr Schatzhauser antwortete Peter mit niedergeschlagenen Augen können Stein Herzen noch wünschen sagte jener du hast alles was du für deinen schlechten Sinn bedarfst und ich werde schwerlich deinen Wunsch erfüllen aber ihr habt mir doch drei Wünsche zugesagt einen habe ich immer noch übrig doch kann ich ihn versagen wenn er töricht ist fuhr der Waldgeist fort aber wohl an ich will hören was du willst so nehmt mir den Stein heraus und gebet mir mein lebendig herz herz sprach peter hab ich den handel mit dir gemacht fragte das glasmänlein bin ich der holländer michel der reichtum und kalte herzen schenkt dort bei ihm musst du dein herz suchen ach er gibt es nimmer zurück antwortete peter du dauerst mich so schlecht du auch bist sprach das männlein nach einigem nachdenken aber weil dein wunsch nicht töricht ist so kann ich dir wenigstens meine hülfe nicht abschlagen so höre dein herz kannst du mit keiner gewalt mehr bekommen wohl aber durch list und es wird vielleicht nicht schwer halten denn michel bleibt doch nur der dumme michel obgleich er sich ungemein klug dünkt so gehe denn geradewegs zu ihm und tue wie ich dir heiße und nun unterrichtete er ihn in allem und gab ihm ein kreuzlein aus reinem glas am leben kann er dir nicht schaden und er wird dich freilassen wenn du ihm dies vorhalten und dazu beten wirst und hast du denn was du verlangt hast erhalten so komme wieder zu mir an diesen Ort Peter Munk nahm das Kreuzlein prägte sich alle Worte ins Gedächtnis und ging weiter er rief dreimal seinen Namen und als bald stand der Riese vor ihm du hast dein Weib erschlagen fragte er ihn mit schrecklichem lachen hätte es auch so gemacht sie hat dein Vermögen an das Bettelvolk gebracht aber du wirst auf einige Zeit außer Landes gehen müssen denn es wird Lärm machen wenn man sie nicht findet und du brauchst wohl Geld und kommst um es zu holen du hast erraten erwiderte Peter und nur recht viel diesmal denn nach Amerika ist es weit Michel ging voran und brachte ihn in seine Hütte dort schloss er seine Truhe auf worin viel Geld lag und langte ganze Rollen Gold heraus während er es so auf den Tisch hin zählte sprach Peter du bist doch ein loser Vogel Michel dass du mich belogen hast ich hätte einen Stein in der Brust und du habest mein Herz und ist es denn nicht so fragte Michel staunend fühlst du denn dein Herz ist es nicht kalt wie Eis hast du Furcht oder Kram kann dich etwas reuen du hast mein Herz nur stille stehen lassen aber ich hab es noch wie sonst in meiner Brust und Ezechiel auch der hat es mir gesagt dass du uns angelogen hast du bist nicht der Mann dazu der einem das Herz so unbemerkt und ohne Gefahr aus da müsstest du zaubern können aber ich versichere dir rief Michel unmutig du und Ezechiel und alle reichen Leute die es mit mir halten haben solche kalten Herzen wie du und ihre rechten Herzen habe ich hier in meiner Kammer ei wie dir das Lügen von der Zunge geht lachte Peter das macht du einem anderen weiß meinst du ich habe auf meinen Reisen nicht solche Kunststücke zu Dutzenden gesehen aus Wachs nachgeahmt sind deine Herzen hier in der Kammer du bist ein reicher Kerl das gebe ich zu aber zaubern kannst du auch nicht da ergrimmte der Riese und riss die Kammertüre auf komm herein und lies die Zettel alle und jenes dort schau das ist Peter Munks Herz siehst du wie es zuckt kann man das auch aus Wachs machen und doch ist es aus Wachs antwortete Peter so schlägt ein rechtes Herz nicht ich habe das meinige noch in der Brust nein zaubern kannst du nicht aber ich will es dir beweisen rief jene ärgerlich du sollst es selbst fühlen dass dies dein Herz ist er nahm es riss Peters Wams auf und nahm einen Stein aus seiner Brust und zeigte ihn vor dann nahm er das Herz hauchte es an und setzte es behutsam an seine Stelle und alsobald fühlte Peter wie es pochte und konnte sich wieder darüber freuen wie ist es dir jetzt fragte Michel lächelnd wahrhaftig du hast doch recht gehabt antwortete Peter indem er behutsam sein Kreuzlein aus der Tasche zog hätte ich doch nicht geglaubt dass man der gleichen tun könne nicht wahr und zaubern kann ich das siehst du aber komm jetzt will ich dir den Stein wieder hineinsetzen gemach Herr Michel rief Peter trat einen Schritt zurück und hielt ihm das Kreuzlein entgegen mit Speck fängt man Mäuse und diesmal und zugleich fing er an zu beten was ihm nur einfiel da wurde Michel kleiner und immer kleiner fiel nieder und wandte sich hin und her wie ein Wurm und ächzte und stöhnte und alle Herzen umher fingen an zu zucken und zu pochen dass es tönte wie in der Werkstatt eines Uhrenmachers Peter aber fürchtete sich es wurde ihm ganz unheimlich zumute er rannte zur Kammer und zum Hause hinaus und glimmte von Angst getrieben die Felsenband hinan denn er hörte wie Michel sich aufraffte stampfte und tobte und ihm schreckliche Flüche nachschickte als er oben war lief er dem Tannenbühl zu ein schreckliches Wetter zog auf Blitze fielen links und rechts auf ihn nieder und zerschmetterten die Bäume aber er kam wohl behalten in dem Revier des Glasmännleins an sein Herz pochte freudig und nur darum weil es pochte dann aber sah er mit Entsetzen auf sein Leben zurück wie auf das Gewitter das hinter ihm rechts und links den schönen Wald zersplitterte er dachte an Frau Lisbeth an sein schönes gutes Weib das er aus Geiz gemordet er kam sich selbst wie der Auswurf der Menschen vor und er weinte heftig als er an Glasmännleins Hügel kam Schatzhauser saß schon unter dem Tannenbaum und rauchte aus seiner kleinen Pfeife doch sah er munterer aus als zuvor warum weinst du Kohlenpeter fragte er hast du dein Herz nicht erhalten liegt es noch kalt in deiner Brust ach Herr seufzte Peter als ich noch das kalte Steinherz trug da weinte ich nie meine Augen waren so trocken wie das Land im Juli jetzt aber will es mir beinahe das alte Herz zerbrechen was ich getan meine Schuldner habe ich ins Elend gejagt auf Arme und Kranke die Hunde gehetzt und ihr wisst es ja selbst wie meine Peitsche auf ihre schöne Stirne fiel Peter Peter du warst ein großer Sünder sprach das Männlein das Geld und der Müßiggang haben dich verderbt bis dein Herz zu Stein wurde nicht Freude nicht Leid keine Reue kein Mitleid mehr kannte Aber Reue versöhnt und wenn ich nur wüsste dass dir dein Leben recht leid tut so könnte ich schon noch etwas für dich tun Will nichts mehr antwortete Peter und ließ traurig sein Haupt sinken Mit mir ist es aus kann mich mein Lebtag nicht mehr freuen Was soll ich so allein auf der Welt Meine Mutter verzeiht mir nimmer was ich ihr getan und vielleicht habe ich Nacht ich ungeheuer und Lisbeth meine Frau schlaget mich lieber tot Herr Schatzhauser dann hat mein Elend Leben mit einmal ein Ende gut erwiderte das Männlein wenn du nicht anders willst so kannst du es haben meine Axt habe ich bei der Hand er nahm ganz ruhig sein Pfeiflein aus dem Mund klopfte es aus und steckte es ein dann stand er langsam auf und ging hinter die Tannen Peter aber setzte sich weinend ins Gras sein Leben war ihm nichts mehr und er erwartete geduldig den Todesstreich nach nach einiger Zeit hörte er leise Tritte hinter sich und dachte jetzt wird er kommen schau mich noch einmal an Peter Munk rief das Männlein er wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und schaute sich um und sah seine Mutter und Lisbeth seine Frau die ihn freundlich anblickten da sprang er freudig auf so bist du nicht tot Lisbeth und auch ihr seid und habt mir vergeben sie wollen dir verzeihen sprach das Glasmännlein weil du wahre Reue fühlst und alles soll vergessen sein zieh jetzt heim in deines Vaters Hütte und sei ein Köhler wie zuvor bist du brav und bieder so wirst du dein Handwerk ehren und deine Nachbarn werden dich mehr lieben und achten als wenn du zehn Tonnen Gold hättest so sprach das Glasmännlein und nahm Abschied von ihnen die drei lobten und segneten ihn und gingen heim das prachtvolle Haus des reichen Peter stand nicht mehr der Blitz hatte es angezündet und mit all seinen Schätzen niedergebrannt Aber nach der väterlichen Hütte war es nicht weit dorthin ging jetzt ihr Weg und der große Verlust bekümmerte sie nicht Aber wie staunten sie als sie an die Hütte kamen sie war zu einem schönen Bauernhaus geworden und alles darin war einfach aber gut und reinlich Das hat das Glasmännlein getan rief Peter Wie schön sagte Frau Liesbett und hier ist mir heimischer als in dem großen Haus mit dem vielen Gesinde Von jetzt an wurde Peter Munk ein fleißiger und wackerer Mann Er war zufrieden mit dem was er hatte trieb sein Handwerk unverdrossen und so kam es dass er durch eigene Kraft wohlhabend wurde und angesehen und beliebt im ganzen Wald Er zankte nicht mehr mit Frau Liesbett ehrte seine Mutter und gab den Armen die an seine Türe pochten Als nach Jahr und Tag Frau Liesbett zu einem schönen Knaben genas ging Peter nach dem Tannenbühl und sagte sein Sprüchlein aber das Glasmännlein zeigte sich nicht Herr Schatzhauser rief er laut hört mich doch ich will ja nichts anderes als euch zu gevattern bitten bei meinem Söhnlein aber er gab keine Antwort nur ein kurzer Windstoß sauste durch die Tannen und warf einige Tannenzapfen herab ins Gras so will ich dies zum Andenken mitnehmen weil ihr euch doch nicht sehen lassen wollet rief Peter und steckte die Zapfen in die Tasche und ging nach Hause als er aber zu Hause das Sonntagswams auszog und seine Mutter die Taschen umwandte und das Wams da fielen vier stattliche Geldrollen heraus und als man sie öffnete waren es lauter gute neue badische Thaler und kein einziger falscher darunter und das war das Patengeschenk des Männleins im Tannenwald für den kleinen Peter so lebten sie still und unverdrossen fort und noch oft nachher als Peter Munk schon graue Haare hatte sagte er es ist doch besser zufrieden sein mit Wenigem als Gold und Güter haben und ein kaltes Herz und 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 die die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank.